I'm very happy to be able to announce you, to welcome you for our next tour. So, dass ich euch diesen Vortrag vorstellen kann von Ben Parson über nämlich den gegenwärtigen Status von Matrix. Wir haben angefangen mit Mailboxes im Internet, mit IRC, mit lauter Messengers aus Smartphones jetzt und viele davon haben ihre eigenen Vorteile und Nachteile. Heute wird uns Ben aber über Matrix vortragen, einen offenen Standard und warum deren Gruppe den Bedarf für diesen Standard gesehen hat und wie sie ihn implementiert haben. Also bitte gebt ein großes Willkommen für ihn mit einem großen Applaus. Die Bühne ist deine, Ben. Hallo alle zusammen, ich werde euch über Matrix erzählen. Bevor wir viel davon erzählen, wer von euch hat von Matrix schon gehört? Das sind praktisch alle. Wer hat Matrix schon benutzt? Ein bisschen weniger. Wer hat Matrix benutzt und noch nie davon gehört? Das ist nicht so seltsam, wie sich das anhören mag. Aber der Zustand ist halt, dass ihr Matrix benutzen könntet, ohne es zu merken. Ich werde schnell über Matrix gehen, wenn ihr das alle kennt. Denn die meisten von euch werden das sehr gut verstehen. Das ist ein offener Standard für dialogfähige, dezentralisierte Echtzeitkommunikationen im Internet. Was meinen wir damit? Das ist interoperabel, das heißt, ihr könnt verschiedene Sachen daran verbinden, verschiedene Modulen, verschiedene offene Dienste. Das wäre mit proprietären Diensten sicher nicht so einfach. Wir übermitteln nur offene Standards wie etwa JSON. Es ist dezentralisiert. Und wenn ihr euch zu einem einzelnen Server verbindet, etwa verbindet der sich zu einem, äh, einer großen Menge anderer Server, äh, nicht so zu einem. Und es ist halt Echtzeitkommunikationen im Internet. Äh, haben einen Standard, eine Standard-ATG, HTTP-API, um Echtzeitdaten zu übermitteln und das System-Skript-Griben. Das heißt, es kann benutzt werden für Instant-Messaging, Voice-over-IP, Web-RTC und Kommunikation von Internet-of-Things-Devices. Äh, und alles andere, was sich in JSON und HTTP ausdeuten lässt. Wenn ihr euch also mit einem Client zu einem dieser einzelnen Server verbindet, dann werden diese Server miteinander reden, ohne dass ihr das merkt. Ihr werdet euch nicht zu einem anderen Server verbinden müssen. Der Vorteil davon ist, bei der Fragmentierung von Instant-Messaging gibt es lauter inkompatible Systeme, etwa Slack-IRC. Und wie kriegt man jetzt die Verbindung zu den verschiedenen Leuten in den verschiedenen Systemen hin? Wegen der Architektur benutzen wir einen Home-Server, der die Messages zwischen diesen Systemen schickt. Und dann könnt ihr von diesen zentralen Matrix-Systemen die äußeren Server zu den Systemen kommunizieren lassen, ohne dass die merken, dass das überhaupt passiert. Wir sind sehr Sicherheits- und Privatsphäre fokussiert. Keine einzelne Party kennt all eure Konversationen. Die Gespräche sind immer geteilt mit allen Teilnehmern. Es gibt also Entschlüsselung in dieser verteilten Umgebung. Die Verschlüsselung passiert auf dem sendenden Client, die Entschlüsselung auf dem empfangenden Client. Dazwischen passiert nichts weiteres. Das wurde von der NCC-Gruppe in September 2016 beurteilt und bewertet. Die Resultate sind öffentlich. Und was an Fehlern gefunden wurde, wurde gefixt in Libolm und den Client-SDKs. Seitdem sind keine weiteren Probleme gefunden worden. Wir haben hier natürlich jetzt reichlich solche Schlüssel. Das ist momentan ein User-Experience-Problem. Aber wir werden uns im nächsten Jahr darauf fokussieren. Ich werde schnell durchgehen, wie wir das tatsächlich benutzen. Eine Message zu schicken ist tatsächlich ziemlich einfach. Ihr schickt eine Message über eine REST-API. Dazu benutzt ihr eine Room-ID. Das ist ähnlich wie Channels in IRC. Und wenn ihr die Slide hier vorvergleicht mit dieser jetzt, dann seht ihr, dass es nicht schwierig ist, Message-Content zu schicken. Denn hier schicken wir jetzt ein JSON-Objekt einfach im Post-Body. Und wenn es jetzt darin Felder mit vordefinierten Daten gibt, könnt ihr das über Matrix schicken ohne wesentliche Veränderung. Server-to-Server-APIs sind die APIs, mit denen die Servers sich zwischeneinander Echtzeit synchronisieren. Sie können auch Backfill betreiben. Das heißt, sie können auch historische Daten nehmen und die Lücken in ihren eigenen Geschichtsbüchern füllen und Identifikationsprozesse durchführen. Applikations-Services-APIs, also die für die tatsächlichen End-User-Applikationen, sind ähnlich wie die Client-Server-APIs, haben aber bevorzugten Zugriff auf die Server. Das heißt, für die NutzerInnen, das ist ein virtueller Nutzer und für die Matrix-NutzerInnen sieht das aus wie ein normaler Nutzer. Was ist jetzt heute erst passiert? Das ist völlig versergergelaufen, sehr, sehr beschäftigt. Die Ziele waren, die erste Version der Spezifikation auszuimplementieren. Wir haben sie R0 genannt und das soll die Grundlinie sein, wie die Spezifikationen aussieht. Als Teil davon möchten wir die Referenz-Implementation genauso sehen haben wie die publizierte Spezifikation. Und dann können wir einen großen Marketing-Push machen, wenn das alles fertig ist und sagen, das hier ist Version 1.0. Das ist eine stabile Grundlinie, von der wir weiterbauen können. Oh, und viele Sachen sind passiert. Es ist total gut angenommen worden. Es ist sehr gut angenommen worden. Global war es groß. Und deswegen haben wir Zeit darauf verwandt, Performance zu verbessern. Von dem besten Home-Server, das ist Matrix.org. Also wir haben jetzt keine Verzögerung mehr und der ist jetzt schnell. Und jetzt geht es da drum, wie man Home-Servers hostet. Und jetzt ist es modular. Wir haben gesagt, Matrix ist ein Software-as-a-Service. Die Web3-Foundation nutzt es intern als Kommunikationsplattform. Und andere Leute wollen es auch benutzen. Momentan haben wir große Server. Wir müssen die kleiner machen. Und wir geben ihm auch ein Custom-DMS. Und wir testen schon den Migrations-Pfad von existierenden Home-Servern. Und wenn du selber schon einen hast und den also anders vorhausten lassen willst. Naja. Also es gibt ganz viele Brücken. Es gibt hundert verschiedene Arten zu kommunizieren. Das ist zwar toll, aber Konsistenz wäre natürlich auch schön. Hier ist ein detaillierteres Diagramm von was wir vorher gesehen haben. Seht ihr, wie strukturell die Brücke wie ein Home-Server aussieht. Und die tut so, als wäre sie ein Home-Server und tut das, um mit den anderen Home-Servern reden zu können. Node.js ist ein sehr häufig genutzter Stack. Und es wird einfach gerne genutzt. IRC ist wahrscheinlich die beliebteste Brücke. Und IRC ist schon immer eine gute Plattform gewesen. Die Performance in der Vergangenheit. Also momentan ist IRC zu Matrix sehr, sehr schnell. Und wir haben also die Performance dieses Jahr sehr stark verbessert und sehr stabil. Wir haben also keine massenrejoins. Hier haben wir eine neue Bibliothek, die wir dieses Jahr neu gemacht haben, um verschiedene Protokolle, die über LibPurple verfügbar sind. LibPurple selbst bietet schon viele Protokolle an. Und das gibt ganz neue Wege, um Brücken aufzubauen. Discord-Brücke. Da ist ein neuer Maintainer benannt worden. Und es hat viele Verbesserungen für Performance bekommen. Wir finden, dass viele Discord verwenden. Und da scheinen Leute wegzuziehen. Und die Brücke wird stark benutzt. Ist auf 0,3. Slack ist neu geschrieben worden. Und jetzt kommt Event-Bridging. Und das nutzt die Slack-RP. Und wenn man das auf riot.im nutzt, dann ist es ein einzelner Klick. Und die Brücke ist automatisch da. Und die Nachrichten sind sofort drüber. Gitter, da habe ich keine Details, aber die Performance ist verbessert worden. XMPP, das hier ist der große von dem Wochenende. Das gibt es echt jetzt. Das wird jetzt live gebridged. Wir haben hier diese Adresse. Und Access Point läuft. Und das ist hier auf dem Assembly die letzten drei Tage entwickelt worden. Und vielen Dank für die XMPP-Leute, dass sie uns unterstützt haben. Und dass sie uns unterstützt haben, den Server aufzubauen. So, wenn ihr Interesse daran habt. Ja. Es gibt noch mehr. Wir haben eine WhatsApp-Brücke, ganz neu, mit deren API. Mastodon mit Brücke und noch mehr. Wunderbar. Und jetzt Foundation ist eine neue Firma, die in England gegründet wurde. Und die ist dafür da, um die Beratungsfirma vom Protokoll zu trennen. Und wir haben das Eigentum übertragen. Und wir haben die Grundregeln festgelegt. Und es wird alles übertragen. Das war ein großes Thema für einige Leute. Und ich hoffe, dass das jetzt also die Bedenken darüber, dass es Interessenkonflikte gibt, aufhebt. Spezifikationen. Das braucht so viel Zeit, die Spezifikationen zu schreiben in der Öffentlichkeit für etwas, was in ganz vielen Arten verwendet werden wird. Und für Leute, die unterschiedlichste Ideen darüber haben, wie es funktionieren soll. Und der Fortschritt da ist einfach der Bottleneck gewesen. Wir haben zwar einen Homeserver, aber wir wollen ein Ökosystem von Homeservern. Und es gibt andere Homeserver in Produktion. Aber wir wollen mehr aus der Community sehen. Und sobald wir eine Version haben, dann sollten wir mehr sehen. Eine federierte Federation-API, die wird von Januar erwartet. Die Client-Server-API ist sehr stabil. Es gibt ganz viele Clients, Application-Services für Roboter und Brücken. Der Link hier, der bringt euch zu dem öffentlichen Projekt, wo wir die ganzen Issues, wo wir sehen, dass die von links nach rechts wandern, wo die weiter nach vorne gehen. Das ist ein altes Bild. Synapse. Fortschritte mit Synapse. Das ist die Referenzimplementation von Matrix. Da sind Python geschrieben. Und das repräsentiert 99 Prozent aller aktiven Homeserver. Es kriegt regelmäßige Verbesserungen für Performance und Sicherheit. Und das hat also über das letzte Jahr sehr starke Verbesserungen gebracht. Es gibt keine Probleme mehr mit Nachrichten senden. Es ist weniger ressourcenintensiv, als es vorher war. Und die Installation und jetzt gibt es Docker und Ansible, um es zu installieren. Und es ist nie schwierig gewesen, aber jetzt ist es noch einfacher. Also es wird jetzt zur Standardinstallationsmethode und das hat es verbessert. Riot, kennt ihr sicher, es ist der beliebsteste unserer Clients, ist auch als Referenzimplementation gemeint für die Client-Server-API. Trotzdem, das momentane Design ist nicht immer attraktiv. Wir kriegen viele Beschwerden über die User Experience. Viele scheinen fixiert zu sein auf die Probleme mit den Farben, die nicht richtig wären. Wir hoffen, das zu verbessern. Leute haben wirklich starke Meinungen über Software, die fürs Messaging gemeint ist. Sie mögen das Design von Slack. Es ist funktional, es ist simpel. Leute mögen das. Lasst uns also einfach schauen, was die Leute richtig machen. Das ist eine gute User Experience, offenbar. Riot ist und wird werden der hochpolierte Client die beste Implementation von der Client-API und es wird andere Clients geben, Vorschmeck zum Testen. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr es auf dem Web, also bei Riot.im.experimental sehen im Web oder den Experimental-Zweig aus Checking of Git. Er ist gefährlich, aber ihr könnt es machen und er ist ziemlich stabil. Sieht toll aus, sieht viel besser aus, viel sauberer und viel zugänglicher für nicht so sehr technische User, sondern die einfach wollen, dass es funktioniert. Und auch die Präsentation auf Android und iOS ist jetzt da geworden. Die User Experience davon, dass Schlüssel signiert werden können, ist ein großes Problem. Wie wir alle vorher gehört haben, wenn man großartige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat, ist das super. Das muss man aber für verschiedene Geräte können. Riot ermächtigt wird, das zu tun. Aber wenn man diese Schlüssel dann zwischen Geräten nicht herschieben muss und dann erwartet, dass Menschen Hextrings wirklich vergleichen, dann werden sie einfach immer OK klicken und das macht mehr Schaden als Gutes. Die User Experience müssen wir also verbessern. Ihr werdet das bald in Riot sehen. Sucht danach. Es kommt ein tauchfrisches Android-SDK, kein Kotlin, kein Java, sondern eine neue Implementation mit einem neuen SDK. Es ist so schnell, auch damit zu entwickeln und zu kondensieren. Andere Projekte aus diesem Jahr. Eine neue Arbeit mit der französischen Regierung. DINZIG. Ich habe die Abkürzungen nicht auseinandergenommen. Das wäre eine einzelne Slide und ich spreche kein Französisch. Wir haben eine private Federation von solchen Matrix-Home-Servern deployed. Was wir finden, wenn verschiedene Abteilungen verschiedene Ideen haben, davon wie Sachen konfiguriert sein sollten, dann kommen insbesondere auch verschiedene Departments nicht ins Gespräch miteinander und stimmen in vielen Punkten nicht übereinander zu. Darum sind dezentralisierte solche Architekturen gut. Und dann haben sie vielleicht verschiedene Settings für Event Security oder Antivirus. Stärke. Es ist für die französische Regierung also gerade zugänglich auf iOS, Android und Web, dieser Zweig von Riot. Und wir erwarten einen Security Audit im nächsten Jahr. Das Client-Ökosystem ist explodiert. Es sind reichlich neue solchen Clients gebaut worden. Wir sehen insbesondere, dass die Feature-Completeness verbessert wurde. Es ist großartig, wie viele Leute damit involviert werden wollen und solche neuen Clients bauen wollen. Insbesondere, wenn man in den Wettbewerb gehen will, wer Qt, CTK, Electron benutzt. Es gibt so viele Ideen, wie mit solchen Clients implementiert werden sollten. Und so wichtig wie es ist, die User Experience für Riot richtig zu kriegen, ist es auch wichtig, dass Leute ihre eigenen Clients bauen können. Eva Quaternion sieht aus wie eine Qt-App und ist geschrieben in Qt. Aber der Erschaffer ist auch der Erschaffer von LibQ-Matrix-Client, was viele Projekte unterstützt, wie auch Spectral, was toll aussieht. Und das ist das, was so ein Open-Source-Ecosystem ermächtigen kann. Und dann baut man eine Bibliothek für einen Client und baut damit einen viel cooleren neuen Client. Und es funktioniert auch gut. Seaglass ist eine native macOS-App. Es ist auch wichtig für Leute, einen nativen Client für ihre Plattform anzubieten. Es ist insbesondere also wichtig, die Feature alle zugänglich zu haben für User, die sie haben wollen. Fractal. Was auch immer die Qt-Leute machen, die GTK-Leute wollen das auch. Und es ist ein Client implementiert in Rust in GTK. Eine großartige Community, das habe ich von vielen Communities gesagt, aber hier auch. Sehr freundlich. Sie treffen sich hier mit Hackathons und machen wirklich großen Fortschritt. Und haben wirklich interessante Ideen, wie die Zukunft von Messaging aussehen sollte. Und entwickeln auch eine neue Bibliothek in Rust, also nur in Rust, für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das wird unterstützt von Purism. Wenn ihr so ein Phone also bestellt habt, dann werdet ihr eine Kopie von Fractal darauf finden. GoMax. Es ist immer nützlich, eine Terminal-Anwendung zu haben, mit der man das machen kann. Wenn ihr also auf einer Server-Seite nur so eine Command-Line habt, dann ist es einfach nützlich, so einen Terminal-Client zu haben. Außerdem wird es geschrieben, Missing Go ist das Deployment herrlich einfach. Ich mag das. Das ist großartig. Fluffy Chat. Wieder starke Community. Es gibt zwei Clients für Ubuntu Touch, was beeindruckend ist für die relative Größe dieses Ökosystems. Fluffy Chat ist eine großartig aussehende und produktive App. Immer noch mehr. Hilfe ist das hier. Koma benutzt JavaFX. Also gibt es natürlich auch einen Emacs-Client. Matrix-Client, ja. Simple Matrix. Ein neuer, von null geschriebener Client für Android, der keine der Bibliotheken aus, die ich vorher genannt habe, benutzt, sondern es benutzt rein die Matrix-APIs. Ich habe erst diese Woche gehört von Skillr, was geschrieben wurde in Elm. Es ist eine reine Web-App. Und es gibt mehr. Also, was haben wir noch? Google Summer of Code. Google hat gesponsert. Und die haben zwei Studenten gesponsert, die mit dem zentralen Team gearbeitet haben. Einer hat End-to-End-Bindings für das Python-Development-Kit hinzugefügt. Jetzt kann man Python-Anwendungen damit schreiben, sobald die eingebunden sind. Und der andere hat Dendrite zurückgebracht, damit man das auch in echter Softwareentwicklung nutzen kann. Und in 2019 sollte man Dendrite sehen können. Wenn ihr Dendrite nicht kennt, das ist ein neuer Server, der ist in Go geschrieben. Das ist eine nächste Generation Home-Server. Und das GNOME-Projekt hat zwei Studenten gehabt, die an Fraktal gearbeitet haben. Und ein großer Fortschritt in 18. Also, das kann am Anfang schwierig sein, zu synken. Das alles aufzusetzen, die Liste von Mitgliedern kann mehrere Tausend sein, dann ist das groß. Und das kann einfach geändert werden, indem man die Liste in Seiten aufsplittet und dann holt. Und das heißt also, wir haben den Rahmenbedarf sechsfach reduziert. Das heißt, wenn man große Konten hat, dann ist das besser. Zustandsauflösung, das ist eine total schwierige Sache als mathematisches Thema. Und ich werde es jetzt nicht erklären, aber es gibt einen neuen Algorithmus, der das Problem angeht. Und die Sicht über alle Server sollte gleich sein. Und das ist der grundlegende Teil, der zur Föderation gehört, womit viele Projekte Probleme haben werden. Wenn man splittet, dann muss das trotzdem hinterher wieder richtig zusammengeführt werden. Und das ist, was der Algorithmus macht. Was kommt als nächstes? Dendrite ist der Go-Server. Aggregationen, die zu der Spezifikation hinzugefügt werden. Damit kann man Reaktionen. Facebook Messenger macht das. Und bearbeitbare Nachrichten. Aggregationen sind alles in Matrix ist eine erweiterbare Liste von Events. Und Aggregationen erlauben, zurückzugehen und Dinge zurückliegend zu ändern. Threading kann dadurch möglich werden. Wenn man mehrere Konten hat auf unterschiedlichen Home-Servern, dann muss man in der Lage sein, die zu mergen. Und Cross-Signing gehört auch nochmal dazu. Ja, also vielen Dank. Jetzt kommen wir zu Fragen und Antworten. Es gab so viel Input, aber es gibt auch noch Chancen für Fragen. Alles, was auf den Folien gefehlt hat. Wenn ihr eine Frage stellen wollt, dann kommt auch bitte zu unserem Mikrofon. Ich sehe, die ersten sind schon da. Die anderen im Mikrofon. Es gibt eine Information, nämlich eine Frage ist einen Satz lang und hat ein Fragezeichen am Ende. Wenn ihr das Mikrofon sprecht, dann macht es nah am Mikrofon. So wie ihr mich gerade nicht gehört habt, wenn ihr zu weit weg seid. Und wenn ihr gehen wollt, tut das bitte leise. Vielen Dank. Wir fangen an mit Mikrofon 2. Hallo, vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage für die Authentifizierung zu den Servern. Wenn ich einen öffentlichen Server nutze und dieser Server plötzlich weg ist, den ich nicht mehr erreichen kann, keiner kann mehr mit mir sprechen, Gibt es eine Idee, wie man einen anderen öffentlichen Server benutzen kann und eine dritte Party? Das wäre ein Teil von der dezentralisierten Identität. Was du beschreibst, ist, wenn ich meine E-Mail-Adresse verliere. Und das ist ziemlich fundamental. Das Problem, was wir da haben, ist, wir müssen erst ein Hard haben, um zwei Matrix-Konten zusammenzufügen oder von anderen Quellen, so dass die ganze Föderation dem zustimmt. Da denken wir drüber nach, aber es ist noch nicht spezifiziert. Wir haben einen neuen Spezifikations-Vorschlagsprozess, der diesen Sommer entwickelt worden ist, wo man seine Use Cases und seine Bedarfe anmelden kann. Und das ist ein einfacher Request. Das heißt also, wir haben es im Hinterkopf, aber wir haben noch nichts darüber spezifiziert. Die nächste Frage aus dem Internet. Ja, es gibt schon reiche Fragen aus dem Internet. Viele über die Kryptografie. Und es gibt eine Frage, die über Bridging spricht. Wie funktioniert Brücken zum Beispiel, wenn ihr eine Verschlüsselung habt und die dann zur IRC übergeben wollt? Wie wird das nicht kompromittiert? An jedem Ort, wo Bridging passiert, im IRC, wo die Daten herausgeschickt werden, wenn man das zum IRC-Server schickt, das ist dann nicht mehr verschlüsselt. Im Netzwerk ist es natürlich end-to-end verschlüsselt, aber da draußen nicht. Okay, next question, Microphone number four. Mikro Nummer vier. Hi, thanks for the talk. Where can we find information about the... Ich empfehle, der einfachste Weg ist, zum Blog zurückzugehen. Da waren einige Diskussionen darüber auf dem Blog. Wenn nicht, dann sollten wir es von der Dokumentationsseite verlinken. Also wenn du es nicht finden kannst, dann komm zu mir und wir sollten es besser verknüpfen. Mikrofon number three. Mikro drei. Hi, thank you very much. Vielen Dank. Plant ihr die Nutzung von Proxys zu vereinfachen und auch mit Tor zu verändern, denn das ist mit Riot gerade schwer. Es gibt viele Probleme. Es gibt kein User Interface für Proxynutzung. Man muss die Parameter in der Command Line eingeben. Auf Windows funktioniert es nicht. Außerdem liegt Riot auch DNS, wenn man seine Proxys nutzt. Ganz generell planen wir, dass vieles zu verbessern, was mit Konfiguration in Riot zu tun hat, weil es momentan auf der Kommandozeile passiert. Ich habe jetzt nicht den kompletten Überblick über, was spezifisch da gemacht wird. Und ich empfehle, den Riot-Entwickler-Channel beizutreten und da zu schauen. Aber zusammenfassend, Konfiguration-Options sind ein Problem und brauchen mehr Aufmerksamkeit. Nächste Frage von Mikro zwei. Dieses Jahr habe ich gehört, dass die IETF viel an der Messaging-Ebene und der Sicherheit davon gesprochen hat. Und ich habe davon gehört, dass die Masprix-Community auch dafür mit zu tun hatte. Ich weiß nicht genau, was da gemacht worden ist. Das ist eine coole Arbeitsgruppe, die viel über Federation in solchen Messaging-Systemen arbeitet. Gehört das zu Aktivitäten? Viel Ende-zu-Ende-Zeug, ja. Ich habe gehört, dass Matrix-Leute dabei waren. Entschuldigung, da weiß ich nichts drüber. Komm zu mir später, ich kann jetzt nichts sagen. Wir haben noch eine Frage aus dem Internet. Ein Nutzer hat gefragt, wie kommt man am leichtesten in Matrix rein mit Emacs? Der beste Weg für Emacs-User ist den Matrix-Client-EL zu verwenden. Die Emacs-Community ist also sehr begeistert und die sind sehr enthusiastisch und haben mir eine Einführung gegeben. Und sie sind sehr freundlich, aber sehr religiös. Mikrofon Nummer zwei. Mikro Nummer zwei. Ich habe den Hackint viel benutzt und die Verbesserungen sind viel besser geworden. Aber Hackint werden ihr Gateway am Ende des Jahres schließen und sagen, man sollte das Haupt-Matrix-Gateway nicht benutzen. Sie nennen drei Gründe dafür. Ich weiß nicht über die drei, aber zwei, die ich verstanden habe. Performance ist ein Problem, sagen sie. Es ist besser geworden, aber ich verstehe die Probleme, die sie hatten. Das andere ist, was langsam spezifiziert wird. Das war nicht spezifiziert, als sie sich darüber beklagt haben. Und das ist Einstellbarkeit von, wie lange die Nachrichten gehalten werden und potenziell werden sie für immer gespeichert. Und das hat ihnen nicht gut gefallen. Das ist ein grundlegender Teil der Spezifikation. Aber es kann geändert werden, dass man es also vielleicht pro Nachricht oder pro Raum oder pro Custom-Level macht. Das ist schwierig über Föderation, weil man dem nächsten Server auch trauen muss. Aber wenn man denen trauen kann, dann kann man da spezialisierte Vorhalte, Policies reinlernen. Mikro Nummer eins. Ihr habt ein großes Ökosystem von Clients und wahrscheinlich sehr glücklich darüber zu sein. Gibt es Clients, die Feature haben, die nur für spezifische Clients funktionieren? Das ist eine interessante Frage. Die Frage nochmal hier. Wir sind begeistert, dass es so viele neue Client-Software gibt. Aber was du sagst, das sind alles Chat-Clients. Wären wir das wollen, dass da besondere Felder in unterschiedlichen Clients sind? Ja, natürlich würden wir das gut finden. Und es gibt auch schon ein paar Beispiele. Es gibt Leute, die haben Blog-Engines daraus gebaut. Die haben Slides daraus gemacht. Man tippt in Matrix-Room und dann generiert es eine Präsentation. Und man kann verschiedene Sachen mit Clients machen. Das ist eine bessere Sicht auf einen Raum in seiner einfachsten Form. Und da besondere Felder zu haben und strukturierte Daten schicken zu können, ist der halbe Wert der ganzen Sache. Mikrofon Nummer drei. Mikro zwei. Hi. Vielen Dank. Wie werden die Maßstruktur innerhalb der neuen Foundation Matrix-Room gemacht? Der einfachste Weg, um das zu machen, ist, dass Leute, die nicht in der Community und nicht von dem Team sind, in diese Struktur reinzubringen. Und wir haben also Guardians. Das sind Leute, die versprechen, die Spezifikationen zu schützen und von kommerziellen Interessen freizuhalten. Und die rechtlichen Details, da empfehle ich die Blog-Posts, was da drüber gemacht ist. Die sollten das erklären, was da spezifisch vorgeht. Da ist viel rechtliches Detail. Ich bin der Meinung, es ist gut abgedeckt. Mikro drei. Weil ich gerade einen iOS-Client entwickle, würde ich gerne davon hören, wie ihr im Detail die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verbessern wollt. Ja, das ist eine große Herausforderung. Und ich finde es toll, dass du einen neuen Client baust. Sehr toll. Würde mich interessieren, was für APIs du nutzt von Apple. Ich weiß, dass die sich mehr auf iOS konzentrieren. Und das Sieglas hatte schon Probleme damit. Ein Problem ist, dass man Bilder oder kurze Strings vergleicht. Eine andere Sache wäre ein inkrementelles Backup von Schlüsseln. Wir haben noch keine Designs freigegeben. Kontaktiere mich und erzähl mir mehr, was ihr macht. Lass uns persönlich darüber sprechen. Wir haben noch Zeit für eine oder zwei Fragen. Mikro eins. Hi, vielen Dank für deinen Talk. Wir haben viel über Chats geredet. Da gibt es Beispiel-Bridges für alle möglichen Sachen. Zum Beispiel Microcontroller. Ich habe auch eine Demo gebaut für Mozilla's Internet der Dinge. Gateway. Es gibt verschiedene Sachen, die da draußen sind. Blog-Posts, Mastodon-Brücke gibt es. Das ist nicht unbedingt Chat. Ich weiß nicht, wie viele Beispiele es gibt. Aber jemand, der strukturiertes JSON übertragen will, kann das einfach nutzen. Messaging ist das offene und sichtliche. Es tut mir leid, die Zeit ist um. Wenn ihr Fragen habt, dann sprecht einfach so mit ihm. Also lasst uns das beenden mit einem großen Runden Applaus für Ben. Und aus der Übersetzung. Und aus der Übersetzung.